Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Rust, mit dabei wie immer der Kamikaze Kakadu und hier in einer vollen Halbmontur der Pox. Hallo! Volle Halbmontur. Alles wird gut, alles wird gut. Es ist wieder Freitag gewesen und deswegen gab es einen Vibe und deswegen ist auch unser Haus weg und der Server hat sich auch ein bisschen verändert und 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 und. Neu soll jetzt sein, dass man jetzt hier Strohhütten bauen kann. Das ist jetzt noch nicht wie, müssen wir noch herausfinden. Es soll Dynamit geben und Shotgun. Der Kami hat glaube ich jetzt schon die Shotgun, die Munition bekommen. Ja. Und ja, als nächstes, der Pox hatte ich schon mal ein bisschen was besorgt, gehe ich mal auf die Jagd und versuche mal hier schnell irgendwas zu erlegen, damit wir unsere Schlafsäcke bauen können. Das wollte ich eigentlich gerade machen, aber okay. Achso, okay, gut, dann machst du das. Ja. Kami, willst du mal ein bisschen gucken, ob du hier irgendwo Stein findest oder so? Ja, mach ich. Ich hab dir da Holz übrigens auf das Dings geschmissen. Ich hab dir da ganz viel hingeschmissen. Oh. Ganz viel. Ein Stück. Ich hab aber auch nur zwei oder dreimal auf den Baum geschlagen. Ah, hier hinten ist ein Reh auf jeden Fall. Aber Pox, du bist ja schon unterwegs, ne? Ja, 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 ich werd gleich was finden. Ja, ich werd die mal außen vor lassen für dich. Du darfst es gern töten, kein Problem. Nee, ich suche jetzt erstmal Steine. Such dir erstmal Steinchen. Steine. Steine. Jetzt kann ich mal überlegen, wie ich das hier denn mal so richtig schön das bauen kann. Dass das hier alles wirklich so schnuffig, luffelig aussieht. Genau deswegen überlassen wir dir das bauen. Ich weiß, Pox. Das, weil wir wollen ja auch, dass es schnuffelt. Ich hab übrigens Steine gefunden. Und ich hab einen Wolf. Arsch. Dann lauf. Am besten Richtung Lager, dann kann ich mich um den Wolf kümmern. Ja, ich komme. Weißt du, wer jetzt noch nicht wohnt? Äh, respawn, ich bin tot. Oh, das ist schlecht. Alter, ey, aber... Ja, so ein Wolf kann echt böse sein. Vor allem, wie schnell der gelaufen ist, ne? Wie so ein Bekloppter. Na gut, dann mach ich halt so ne... Ich sag ja, die sind auch... Was zur Hölle? Mach ich halt so ne Journey-Folge, ist auch nicht schlecht. Was ist denn, Pox? Das Schwein ist grad instant den Berg hochgerannt. Also, wenn ich sage instant, dann meine ich innerhalb von einem Frame. Zack, zack. Also es war schon... Pox kann also auch noch nicht mal mehr jagen. Es ist schneller gerannt, wie mein Pfeil. Äh, ich bin da, wo ich, äh, äh, vorhin auch gespawnt bin, wieder. Ja, so weit ist das ja nicht. Der Server ist zum Glück jetzt nicht so groß. Wenn du mir sagst, was du in der Nähe siehst, dann... Ja, äh, 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 ich bin bei dieser, bei diesem, bei, äh, diesem Red House und dann direkt am Meer. Okay, am Meer ist natürlich jetzt ein bisschen... Du musst dann schon in die Mitte, also wir sind sehr zentral diesmal gelegen. Ähm. Wir sind sehr zentral gelegen. Tolle Aussage, ne? So, Pox, äh, ich hab jetzt jedenfalls schon mal hier so ein kleines Häuschen gemacht. Ich glaub, der Server leckt ein bisschen. Ne, also ich hab jetzt gerade mal keine Lecks. Nein, das, das Schwein. Das läuft zwei Schritte und dann, dann glitscht's wieder zehn nach vorne. Ja, das war bei dem Wolf auch so. Zwei Schritte und dann ist er in mich reingeglitscht. Ja, hier können wir unseren Schlafsaal machen. Das Problem ist bloß, da wo ich jetzt den Schlafsaal hinmachen wollte, ähm, sollte ich auch irgendwie eine Tür hinmachen. Ist das ein Bär oder ist das, das Schwein, das eh schon halbtot ist? Und jetzt hab ich das Problem mit dem Toolcup-Board. Wenn ich gleich das hinstelle, dann kann ich hier gar nicht mehr raus. Oh, das ist ein Bär. Wobei. Jetzt wird's auch noch dunkel, natürlich. Oh, oh. Ah, ich hab die Idee. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ah. Ich hab nicht die Idee. Pox, hast du dich mit einem Bären angelegt? Ja. Gut. Ganz liebe Leute, da seht ihr, legt die beiden aus und beide sterben. Böser Bär, böser Bär. Oh, ich hatte doch, ich hatte doch, ich hab nichts mehr. Verdammt. Was ist jetzt die Frage, gehe ich nach rechts oder nach links? Immer nach rechts. Bei euch irgendwo in der Nähe, könnt ihr von einem Berg oder so aus so ein Gebirge sehen? Schnee? Oh, da bin ich vorhin auch hergekommen, aber... Oh, das ist ganz da hinten. Ja. Also ist weit weg, ja? Ja. Bei mir ist es auch weit weg, gerade. Das Ideal wäre, wenn du zum Beispiel sehen würdest, irgendwie so ein Leuchtturm oder sowas, dann wüsste ich sofort, wo du bist. Okay, es gibt zwei auf dem Server, hab ich gesehen. Ja, toll. Ich hab einen Pfeil gefunden. AK Colts, spawn me to you, please. Gibt's jetzt... Spawn me to you. Ich glaube, wenn dann seid ihr eher hier links. Das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingelaufen bin. Droh waren wir an so einem Fluss entlang? Ja. Oh gut, dann bin ich richtig. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Ach ja, nee, das hilft mir auch nicht viel. Äh, die Sonne kann helfen, aber nicht unbedingt sehr viel, richtig. Du hast ein Bär, da geh ich mal jetzt vielleicht nicht hin. Du solltest ihm vor allem nicht versuchen, ins Gesicht zu schießen. Geht nicht. Doch. Hat er keine Hitbox, oder was? Klar, geht schon. Fox will eigentlich anders das ausdrücken, ähm, Fox ist einfach nur zum blöden Bären zu töten. Ach so. Nein, weil der rennt dann, der rennt dann mit Vollgas auf dich zu. Fox, darüber hatte ich dich aber vorher in Kenntnis gesetzt, dass es so passieren wird. Ja, 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 klar. Ich hab's ja überlebt. Und jetzt versuche ich gerade ein Hühnchen zu jagen. Hast du ihn jedenfalls getötet? Nein, sonst hätte er mich getötet. Boah, Hühnchen, komm schon. Ich triff das Hühnchen nicht. Das gibt's gar nicht. Ich komm jetzt hier rüber. Oh, ich bin wet. Oh, ich hab's getroffen. Ich bin wet. Fox hat ein Hühnchen getötet. Er hat es geschafft. Liebe Leute, dass sie einen Daumen nach oben werden. Es gab ganze 20 Knochen dafür. Komm doch. Gab es nicht schon mal Schwimmgeräusche? Ganz im Ernst, da überfragst du mich jetzt, ob es mal Schwimmgeräusche gab? Nicht, dass ich wüsste. Da hab ich so drauf geachtet. Also in der Legacy-Version gab's ja gar kein Wasser. Richtig, da gab's kein Wasser. Aber ob es jetzt Schwimmgeräusche gab? Hm, das ist eine gute Frage. Schreibt's mal in die Kommentare. Diese Frage kann ich mir nicht beantworten. Ja, wenn das jemand weiß. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, liebe Entwickler. Habt ihr es schon erwähnt, dass es in die Kommentare schreiben sollen, wenn sie was wissen? Nee, ich glaub, das sollten wir mal erwähnen. Ja, doch. Das bingt vielleicht sogar was, ne? Oh mein Gott, da unten steht glaub' jemand. Hä? Bin ich das? Läuft da jemand? Nein, da steht jemand. Der baut ein Haus. Höh, das ist ein Bär hinter mir. Auf einem Haus, das bin ich. Oh, leck mich am Arsch, ey. Schon gleich wieder einer in der Fläche. Das bin ich, du Held. Das weiß ich doch. Brauchst mich nicht so anschreien. Hey, 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 hey. Hey, übertreib's nicht, ja? Ich hab nur noch 28 Leben. Oder wolltest du ihn herstellen? Ich verliere jede Sekunde. Warte, lass, 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 lass. Nicht bewegen, ich hab' ihn gleich. Das seh' ich, wie du ihn hast. Gut. Was ist der? Der rennt hier, aber... Wo rennt er? Warte, ich... Wow. Ich hier... Warum rennst du da hin? Wo ist er denn jetzt? Da. Oh, Pax. Was denn? Oh. Deswegen hab ich ihn jetzt auch getötet, ne? Oh, Pax. Nee, ich bin falsch. Warum tötest du ihn hier, Schnur? Ja, toll. Na, egal. Kannst du ein paar Sandsäcke machen. Sandsäcke? Ähm, Schlafsäcke. Achso, ja. Kann ich auch. Wo ist mein Pfeil hin? Der liegt hier rechts neben mir. Ist der... Pax, bist du das da unten? Nein. In der Nähe von der Red Town? Nein. Welche Red Town? Ich war hier oben. Ich mach jetzt hier gleich Schlafsäcke. Bist du bei uns im Haus? Nein. Ich pack mal... Riechst du da gerade rum? Jetzt laufe ich an das Haus. Und lauf außen rum. Okay, dann steht da hinten jemand. Haben wir... Wer ist das? Kami, bist du das? Nein. Ich bin... Ja, ich springe. Okay, Gott, dann bist du es nicht. Wo bist du denn? Ja, nee, das ist auch nicht die Ecke. Bin jetzt hier schon wieder bei mir. Ist jetzt hier gerade so eine... Klimazonenwechsel... ...hin zu Schnee. Wir sind hier in Richtung Red Town. Achso. Jetzt jemanden um. Oh nein. Ich mach uns mal ein Lagerfeuer. Oh, schön. Vielleicht seh ich euch ja dann. Ja, dann mach ich's auf dem Dach. Wenn ich die Treppe wieder finde. Äh. Juhu! Er hat mir meinen Pfeil weggenommen. Oh, der hat doch Holz. Das seh ich. Der wird mich jetzt hassen. Aka... A? Aka Cold Player. Wenn du das hier siehst. Aka Cold Player. Es tut uns nicht leid. Ganz wichtig. Es tut uns nicht leid. Es tut uns nicht leid. Wolltest du in der Nähe einer Red Town bauen? Pox, bist du erst da oben? Wo? Ich mach meine Fackel an. Ich hab meine Fackel an. Hast du eine Fackel an? Ja, ich mach meine... Hast du ein Hemd an? Ich hab ein Hemd an und ich mach meine Fackel an. Hab ich doch grad ges... What the fuck? Okay, gut. Boah, scheiße. Jetzt hab ich die Karte einmal umrundet, hab ich das Gefühl. Ne, hast du noch lange nicht. So, Pox, kommst du rein? Wo rein? Ins Häuschen? Haus. Ja, okay. Aber nur weil es du bist... Du bist schon... Nein, du bist so nackt. Warte, hier. Hier hab ich mir gedacht... Hier, warte, hier. Box, äh... Box? Box? Hier. Hier, Schlafsäcke. Hier, packen wir unser... Hier, die Schlafsäcke hin. Okay, hier, bitte. Red Town! Echt? Dann könntet ihr ja auf der Re... Ja, hier. Wenn jetzt gleich einer bei euch langläuft, nicht schießen. Also so eine große, eingezäunte Red Town, ne? Da gibt's ja nur eine von, bestimmt, ne? Du hast nur das Cupboarding gestellt. Was hab ich da? Achso, da drin, in dem Raum. Ein Raum weiter, Pox. Ah, ich bin so verwirrt. Hilfe! Müsstet ihr hier eigentlich irgendwo hier in der Senke... Ja! Ja! Hier euer Haus. Euer hässliches Haus. Unser hässliches Haus. Ich darf da ja auch drin wohnen. Wo ist er? Hier, ich komme von der Red Town-Seite. Da kommt jemand, Pox. Ich schieße mit dem Bogen. Ich schieße mit dem Bogen. Ich schieße. Ich schieße. Nice! Schönes Haus. So ein bisschen, äh... Bisschen skandinavischer Stil, ne? Ja, ähm... So, warte. Wo ist denn hier? Ähm... Kami, äh... Ja? Ähm... Pox hat bestimmt auch noch... Hier. Was denn? Du dir bauen kannst. Achso. Warte, hier. Hier, musst du dich autorisieren. Hier, hier, hier vor mir lag irgendwo ein... Schlafsack an der Treppe. Ja, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Juhu! Gut, da haben wir das schon mal wieder. Gut. Ich hab auch ein paar Steine jetzt schon mitgebracht, falls wir welche brauchen. Ja, ich wollte jetzt hier erst mal eins hinmachen. Boah, wie schön. Wer schläft denn? Building ist blockt, hä? Du hast Building blockt? Ich bin doch autorisiert. Willst du mich verarschen? Ja. Ah, wunderbar. Hier ist Feuer. So, neben wen schlafe ich denn? Ein Schlafsack heißt diesmal Pascal. Einer hat noch gar keinen Namen. Wie ändere ich den denn? Da steht irgendwie, was weiß ich, drücken? Musst du eh drücken. Ach, eh einfach. Also ich schlafe ganz links außen. Okay, dann schlafe ich neben. Man muss Pox in der Mitte schlafen. Juhu! Mag der. Ich bin gern eingekuschelt, ja. Noch ein Feuer rein. So. Jetzt ist ein bisschen Licht drin. Ja, das sieht ja schön aus. Superschön. Und kleines, äh, ne kleine Festung. Ja. Kleine schöne Festung. Find ich auch, ne? Find ich doch wunderschön. So, ähm, liebe Leute, wir haben es aber auch schon wieder geschafft, ne? Jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen vorbereitet. Jetzt hat der Kami natürlich nicht sehr viel erreicht. Habe ich den Rust noch nie. Falls es überhaupt jemandem aufgefallen ist, aber, äh, auch sehr spannend immer mir zuzugucken, ja. Ach, das, so ging's mir auch mal. Keine Angst. Und dann, dann hat der Pox aber richtig mal losgelegt, oh. Dann hat er diesen selber hier gefunden, vor allem. So. Äh, bedient euch, bedient euch. Aber lasst mir auch was übrig, ich bin kurz vorm Sterben. Was? Wir sollen dir was übrig lassen, ne, ne? So, jetzt muss ich überwarten. Jetzt hier die nächste Treppe hoch. Wenn ich jetzt hier was hinbaue, geht das denn? Da ist jemand in unserem Haus, schnell. Hä? Ich hau drauf. Wirklich? Ich hau drauf. Wo denn? Hier, 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 da, da läuft er. Ey, seid ihr bescheuert, ey? Ich hab grad wirklich gedacht, ey. Gut, liebe Leute, beim nächsten Mal gucken wir uns die Redtown an. Und ich bin euer Tro, haut rein, tschüss, tschüss. Oh, ich bezahle das zu, aber knapp. Tschüss.